Hallo ihr Schlampen, wieso ballert ihr schon mit ihr abgemagerten Suchtis? Redest du mit Skeletten? Ja Okay Als nächstes hätte ich halt Bitches gesagt, aber als erstes kamen halt mehr so Skelette als abgemagert Okay, da fehlt der Helm Oder dann hätte ich noch Jan gesagt Nee, das ist auch nicht her Oh, fick dich, Alter Weil Jan hat nur so ein 5mm Bizeps Stimmt Wo warst du denn, Kalle? Was hast du denn gemacht? Ich hab mir einen Ernstchen drin geholt Die ganzen Jahre über Wie du mich alleingelassen hast mit meinem Cock Meinem übergroßen Bizeps-Cock Sag Wallah Mein 15 Tonner als Penis Genau Wie mein Auto Hast du denn ein Auto? Nein Ich fahr mit dem Auto mit meinen Elternländern Ich brauch noch kein eigenes Ich hab ein eigenes Ausdrailer Der darf ich mit dem Auto haben, um einfach nur einen Kalle zu schlagen Ja Ich würde dann zu ihm nach Hause fahren, ihm einen geben und dann zurückfahren Niko Dafür wär mir halt dieser 400km-Weg oder so Das wär's mir echt wert Niko Ja Wir wollen uns übrigens alle mal in Sommerferien treffen, ne? Ach recht, wollten wir Gamescom Gamescom, ja Nee, Gamescom nicht Gamescom kann ich nicht Gamescom könnte ich dir rutsch auch Mein Name ist Tuk Tuk Viel zu jung Oder was? Bin ich im Auto Jan ist doch erst 13 Machen wir wieder die Jugend-Dist-Edition Jan ist doch erst 13 Noch nicht mal strafmündig Achso Du kannst doch Leute vergewaltigen, die auf der Straße rum sind Ich sag's immer wieder gern Ich finde, dass Gamescom, wenn man nicht 16 oder 18 ist, einfach vollkommen unnötig Ja Lass auf die Straße hier und random Leute vergewaltigen Äh, Jan, baue ohne Witz mal dein Haus fertig Ja, Junge, chill dein Life, Brudi Ich schütt überhaupt nichts hier Ich chill gleich meinen Schwanz in deinen Arsch, baue jetzt dein Haus fertig Ich glaub, Kalli ist grad in Rage, weißt du? Rage Kalli on a row Und Rove Ähm, ich wollte mal ein bisschen, äh, braucht einer von euch Kohle, Ore oder Redstone Ore? Ja, ich brauch ganz viel Kohle Dann würd ich nämlich jetzt mal zu Nego gehen und mal, äh, bisschen Abliefern? Nein, lass das mal da Lass das Ore da Warum denn? Weil ich dann noch einen Raum bauen will aus den Ores Geil Aus Kohle, Ore? Oh, wer schreibt mich denn jetzt die ganze Zeit an? Wallah Nein, nicht nur Kohle Meine Mutter Ja, ich kann nämlich aus Kohle, Ore, kann ich dir Kohle rausmachen? Wow Richtig schön viel Dreckskohle Boah, Alter, wie viel ich schon gebaut hab, ey Wenn ich jetzt vorstelle, ob ich das noch drei, vier Mal so weitermache Dann hab ich hier richtig krasse Ebene, hab ich hier richtig krasse Ebene, Alter Richtig krass, Alter, ja Ähm, ich glaub ich komm demnächst auch mal und hol ein wenig Stein ab, ne? Hm, mach doch mal Oder, warte, ich wollt jetzt eh zu dir kommen, dann kann ich hier ein bisschen ein Stein mitbringen Äh, bring bitte ein ganzes Inventar voll Steine mit Wir haben eine ganze Doppelkiste voll Ja, ich hab auch eine ganze, ich hab anderthalb Doppelkisten voll gehabt Ich glaube nicht, dass wir das brauchen Ich hab aber noch eine halbe, aber ich kann, ich würd, ich würd einfach alles nehmen Wenn ihr's dann wieder braucht, dann kann ich's euch gerne wieder teils zurückgeben, wenn's noch da ist Naja, ich komm jetzt zu dir und bring dir ein bisschen was mit Danke Mach schon mal ne Kiste Die, die ist schon lang gemacht, die, die mach ich grad wieder voll und leer Ich, ich muss nämlich, ähm, ich muss nämlich aus dem Cobblestone normalen Stone brennen Um Level zu bekommen Äh, ja, das natürlich auch Äh, ne, einfach weil normaler Stone dann viel realistischer wirkt Ich mach da übrigens auch was richtig Nices, äh, hab ich mir überlegt Ähm, so, ich mach halt Felder oben hin Alter, die Spinne, die ist da immer noch, Alex, ne? Oh, stimmt, ich hab ja meine Sichtweite auf Extreme Voll unterschied Alter, die Spinne ist da echt immer noch und versucht hochzuklettern Ähm, ich will da nämlich sowas machen, dass ich mir so einen kleinen Berg mache Wo dann halt eben, äh, ne, ne Flussquelle, ne Wasserquelle da entspringt Und die bewässert dann eben von oben runterlaufend, so, oder durch, durch kleine Tündelchen Kommt die dann zu meinen Beeten und bewässert sie dann so Weißt du was, weißt du was, YOLO, ich stell's auf Extreme Also ich hab die ganze Zeit normales auf Extreme Ich nicht, sonst schmiert's bei mir das mittlerweile wieder ab Ich brauch das bei mir, also ich brauch das nicht Kalle, dein Einsatz Achso Boah, ohne Witz, wer schreibt mich die ganze Zeit an, welcher Hurensohn Auf was denn? Ja, auf alles Ja, antwort halt nicht, Pusher Auf alles Ja, dann mach's auf lautlos Ja, dann mach's auf lautlos Hab ich ja auch schon Schreib deine Mutter dir Ich ficke meine Mutter, klar Alles ist klar, ich ficke meine Mutter LP Das wär doch mal ein Name Oder meine Mutter ist eine Crack-Kurre LP Ich ficke meine Mutter LP Das wär doch mal ein Name, den man dem Nee, meine Mutter ist eine Crack-Kurre LP Geht's dann nur so Hallo und herzlich willkommen zu Ich ficke deine Mutter LP Heute, äh, was machen wir heute nochmal? Hm, hm Ja, ich hab keine Ahnung Lass mal deine Mutter ficken Oh geil Oh, dieses Geräusch, ohne Witz Übrigens, das ist das allergeilste immer Beim Trinken, wenn man einfach nur das Geräusch Am Anfang hat Das kann ich dir auch machen Ich kann's dir gerne aufnehmen, schicken Kann mir für jedes Mal, wenn du es am Abspielst, 5 Euro verlangen Okay, mach das So wie dein Energy Drink halt, weil du es halt an der Tankestelle kaufst Ja Jetzt mal kurz Kallo muss, äh, Can muss erstmal überlegen, was so Tankstelle ist Tankstelle war doch das, wo man, ähm, sich, äh, Bitches kaufen kann, oder? Ja genau Ja genau, Chips und Energy Drinks Und Bitches Bitches und Energy Drinks Und Eier Bitches, Eier und Energy Drinks Ja Und Eier Ich bin jetzt bei dir, wo bist du? Ich bin auf der Insel oben Welche Insel? Kalle Mhm War Can noch nie auf der Insel oben Ach da Ich glaube nicht Ja gut, dann, dann komm mal hoch Kommt man da hoch mit Wasser, oder? Ja Ja Ich hab, ich dachte an Teleportieren Aber sei vorsichtig, da ist ne Spinne Game-Mode-mäßiges Teleportieren Ohne Game-Mode Darf ich die Spinne töten? Natürlich Ganz große Klasse, Nico Ganz große Klasse LOL Das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz Soll ich dein Zeug ansammeln? Ich wurde abgeschossen von nem scheiß Skelett Warum ist da ein Skelett? It happens Ich wurde abgeschossen von nem scheiß Skelett Jan, soll ich dein Zeug ansammeln? Ja, bitte Und da war dann auch ein Creeper, Alter Der Brumm hinter mir ist ein Skelett Die Spinne ist grad runtergefallen LOL What the fuck? Ach, das ist gar nichts, Jan Hinter mir ist grad ein Skelett einfach gesammelt Direkt hinter mir What the fuck? Ich kill Zombies mit einem Hit Hast ne Clifflunch Äh, ich kann nicht alles einsammeln Ich geh mal hoch Mach das Stein in die Kiste Was bringen nochmal Sattel? Dass du reiten kannst Kann man das nicht auch so? Nein Kannst du dir da nicht führen Ach, stimmt Möchtest du mir ein bisschen entgegenkommen? Weil ich ansonsten gleich keinen Hunger mehr habe Kein Hunger Ich nehme dir alles zu essen mit Geh in den Nerven rein, du Bob Ja, wo ist denn Verhält, ne? Du Möchtest du Möchtest? Stimmt Klock dahinter Hast du meine Sachen eingesammelt, Möchtest? Ach so, ja Das mach ich aber gerade Kannst du, äh, also hast du Am wichtigsten ist eigentlich mein Mein Brustpanzer Brustpanzer Müsste noch unten liegen Ja, hast du es nicht eingesammelt oder was? Ja, das ist die Spawn erst in 5 Minuten Ich bin jetzt gerade unten angekommen Mal wieder Ja, ich weiß ja nicht, wo ich durch den Nether hin muss Du musst einfach nochmal reingehen Ach so, ich muss einfach durch das Portal nochmal rein Ja Also, raus Also, ja So, ich hab jetzt dein Diamantschwert Ein Brustpanzer Und, äh, geh grad zu Alex Also, ich bin einfach bei meinen Hühnern Du kommst aber zu mir, okay? Ich bin oben Ja, ich bin unten Ja, wie kommt man da wieder runter? Wo bist denn du? Ja, oben drauf halt Ja, läuft bei dir Ne, bei, äh, hä? Bin ich verwirrt What the fuck? Ach da, ich seh dich Ich level gerade Oh, ohne Witz, wie kann man eigentlich so behindert sein? Meinst du dich selber jetzt? Ich meine mich selber, ja Ja, du musst kurz warten Ich sag dir, wenn ich level 30 bin Dann kannst du, dann kannst du leveln kommen, okay? Ich hab das Stein und so genommen Danke, übrigens Wo sind denn meine Sachen eigentlich? Hä? Ich hab eingesammelt alles, du Bob Ach so, das... Oh, ey Ja gut, ähm, waren nicht genug Hühner da, muss ich jetzt mal eiskalt sagen Hat nur für ein level 19er bei mir gerecht Ich muss noch zum Kies holen gehen Ähm, ich hab von mir Werkzeug Ich hab dir die Schaufel Ey, Nigo! Ich hab eine Schaufel hab ich noch Eine Schaufel hab ich noch Denkst du, ähm... Und eine Pickle hätte ich gerne noch Eine Pickle hab ich nicht Ich hab noch eine halb kaputte Dia-Ax Äh, Hacke Wollte zu dir kommen und ein bisschen, äh, Bitches klatschen gehen Äh, das kannst du entweder... Ach so, unten runter, ja, kannst du ja machen Wo genau kann ich die klatschen jetzt? Ähm, Monsterspawner unten Alex, wo bist du? Nein, Hühner, Hühner wollte ich grad schon für Federn Ach so, Federn Ja, komm mal mit Ja, da, komm mal mit Komm mal mit Komm, ich zeig dir eine richtige Feder So in der Art Warte mal kurz, ich wollte mal ganz kurz die Eier, weil du so geil bist Wollte ich die mal wieder nach hier oben reinfüllen Stimmt, wie viele Eier hab ich denn hier? Ah, hast schon alle genommen Alex, wo bist denn du? Hier oben Wo ist oben? Über unten So, jetzt Wo könnte bei mir oben sein? Ach so, bei dir oben, okay Äh, warte, warte, ich komm schon runter Ach so, ja, komm mal mit Äh, das war doch geil, wo ist oben? Über, äh, über unten, oder? Der war doch geil Ne, den fand ich jetzt nicht gerade Doch, der war echt geil Das ist ein Zitat wert So, hier, in der Kiste unten Oh Wie viel darf ich mitnehmen? Alles Alles I Ich krieg, weißt du, ich krieg genügend Hühner, wenn ich's nächstes Mal, äh, ich's nächstes Mal leveln gehe Alex, warte mal, hier Die Behutsamkeitspicke Avira ist aufgepopf, wunderbar Dann, äh, viel Spaß beim, äh, Quarzleveln, äh, Quarzholen, ne? Denk dran, bei Level 30, wenn wir jetzt zurückkommen, ne? Enchanten und so Ich sag's nochmal, ich fahr mehr mit der Behutsamkeitspicke, dass ich wieder herkommen kann und mit der Glückabhauung ran Äh, äh, äh Das war ein bisschen Sprachfehler, Alter Ich kann gut sein So Elder Can Nur leider sind meine ganzen Level weg Die hast du wahrscheinlich angesammelt, ne? Äh, ich bin Level 5 geworden Äh, ich bin Level, äh, von zwei Level gestiegen bei dir oder so Geil Äh, Can, spring mal kurz das Loch runter hier Da, wo, da, wo vor die, die eine Höhle war von mir Lass dich einfach fallen, unten ist Wasser Bin ich gerade schon wieder, ähm Ist voll geil Welche meinst du denn? Da, wo mein Monster Spawner ist Da, wo Kubi nicht gespringt haben Hast du da jetzt eigentlich, äh, hast du da jetzt eigentlich mal wieder, äh, hast du da jetzt eigentlich mal Leitern hingemacht? Ja, ja, hab ich Leitern gemacht Und das Wasser ist jetzt nur unten Auf geht's in den Nether Du kannst aber durchs eine Schild durchspringen, sodass du nicht an der Leitern hängst Und dann fällst du ganz genau, wunderschön runter Okay, warte Ich fand das gerade irgendwie voll lustig, was ich bin so, ich bin so, ich bin gesprungen, zack rein und paum unten am Boden Oh, Enderman Enderman, 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 Enderman So, warum muss ich hin? Oh, ich hab ihn angeguckt Da, stimmt, da Du bist ja, richtig hardcore Einfach so mitten reinfallen Da kannst du leveln gehen, wenn du willst Okay Danke, ey Danke Ich bin voll der, voll der Trader hier, ne? Hm Wir geben dir ja auch Dias Ja Ja, dafür, dass ich euch halt mehr als 16 Diamanten beschafft hab, ne? Anstatt 16, anstatt 18, äh, 38 oder so, ne? Ja, dann hat 19 Kleinigkeiten Ja, geil, die eine Zahl, ey, da wollen wir keinen Krieg anfangen Krieg Time für Varro Ich find diesen, 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 dieses Zitat von Alex hätte man jetzt auch nochmal markieren können, so Krieg Time für Varro Nein, halt die Fresse Ne, ich find Minecraft Varro jetzt nicht so geil Ich auch nicht Oh shit Ich find Hero okay, aber Varro Ne, find ich nicht so, find ich nicht so gut Also ich war gleich Was ist denn das eigene? What the fuck, es gibt doch Mini-Pigment-Zombies? Ja, klar Ja, geil Wenn's Mini-Zombies gibt Was, aber was reiten die dann, auf Gas? Die raten, äh, die raten nicht Die raten Die ratest du? Ich rate die richtig hart Äh, Can, wenn du nochmal vorbeikommst, irgendwann demnächst mal, kannst du mir ja, ähm, Ding mitbringen Ding Stuff Kohle Kriegen wir jetzt eigentlich für die, äh, kriegen wir jetzt eigentlich für die, ähm, für die, ähm, für die Dings, für die, für das Stein Vielen Dank.